Und weil das heute ein Abend im Zeichen des Sports ist, wir hätten da noch was Besonderes. Oder kennen Sie Golden Roof Challenge? Ein Leichtathletik-Event, Stabhochsprung inklusive, mitten in der Altstadt von Innsbruck vor dem Golden Dach leben. Golden Roof, Paralympics-Champion Markus Rehm beispielsweise, hat da keine Platzangst. Ja, die Kulisse ist großartig. Also ich springe jedes Jahr immer gerne hier. Für Damensiegerin Daria Klischener war das Golden Roof ein Debüt. Sie mag es, sie genießt die Art hier wettzukämpfen. Länder wie Spanien, Portugal und sogar China haben schon Interesse an diesem Konzept gezeigt.